Willkommen bei X-Thorfer TV meine Freunde heute mit dem Jahresrückblick 2017 war viel los dieses Jahr und deshalb starten wir gleich im April da ging es nach Marseille bis zum nächsten Mal Mai ging es dann schließlich für paar Tage nach Stettin in Polen Musik im Juli ging es dann in die Alpen nach Innsbruck Musik 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 Von Innsbruck aus ging es dann nach Norditalien rüber Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ende Oktober ging es dann in die Slowakei nach Bratislava Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im November ging es dann in schöne Swinemünde in Polen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und zum Abschluss des Jahres ging es nochmal nach Holland rüber nach Amsterdam 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 Ich hoffe das Video hat euch gefallen Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr Ich hoffe 2018 bringt wieder so viel Reisen mit sich und haut rein und sehr, sehr gut Untertitelung des ZDF, 2020